In Norddeich kommt ein Mann in die Kneipe, setzt sich an Tresen und sagt, gib mir ein Bier. Er kriegt sein Bier, säuft es aus, dann geht er zur Tür, reißt die Tür auf und schreit, Tür wieder zu, er setzt sich an Tresen. Der Wirt bringt ihm noch ein Bier, der Typ trinkt das aus. Nachdem er es ausgesoffen hat, rennt er wieder zur Tür, reißt die auf und schreit, Na ja, so geht das noch so zwei, drei Mal und dann sagt der Wirt zu ihm, sag mal, hast du irgendeine Krankheit oder was, weil du immer zur Tür rennst und sagst dir so von wegen, das Grüne nach oben und so. Da sagt er, nee, nee, ich muss dir das erklären. Ich bin hier mit so einer Gruppe Ostfriesen, nicht wahr? Und die sollen da draußen Bäume pflanzen.